Okay, der Professor ist so verzweifelt, dass er sich selber ein Kissen am Kopf schmeißt. Alles klar. Dann schmeiß ich auch mal eins. Hopp. Da sind wir wieder. Wat? Och, menur, wat, 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 wat? Ach so. Ja, tja. Ist nun mal so. Kann ich garantieren. Obwohl. Wo kommst du her? Ich kann es garantieren. Falls die nächste Pause sehr überraschend kommt, dann liegt das an meiner Verdauung. Ich habe nämlich irgendwie die letzten Tage irgendwas Falsches gegessen. So. Da kommen wohl doch Zweifel auf. Es gibt einen Ort, wo eventuell, wo ich nicht weiß, dass da eventuell was ist. Aber da kommst du nicht her. Nein. So. Ich wollte in die Library, ne? Die Library ist zu meiner Linken. Also da, irgendwann. Och, ich bin da flexibel. Hier waren wir doch schon. Klinge wie ein Backdaddy. Finde Stiefel in the Library. Okay. Wir waren zwar schon hier, aber wir müssen anscheinend noch mal hier hin. Warum ist das eigentlich nicht übersetzt? Fällt mir gerade mal so auf. Was? Ach so. Ach, ich habe ja keine EVE-Spritze. Das könnte jetzt lustig werden. Äh, Explosivschrot. Normaler Explosivschrot. Es ist kaputt. Nein, es ist nicht kaputt. Ich kann aber auch nur auf gut Glück schießen, ne? Verdammt. So, bist du jetzt kaputt? Sieht so aus. Nein, sieht nicht so aus. Ey, was ist das für ein Scheiß? Könntest du mal kaputt gehen da hinten? Nein, ich kann nicht so aus. Nein, ich kann nicht so aus. War das jetzt erfolgreich? Anscheinend ja. Ein Autohacker. Ein Autohacker. Dass das Hacken mittlerweile so heftig ist, dass ich mich über Autohacker freue, ist schon geil, ne? Film. Ich könnte mal wieder fotografieren. RPG-Geschütz. Ach so, das ist das Kaputte. Ah. Okay, ich glaube, Big Daddy holt gerade eine Little Sister. Wo auch immer. Eine EVE-Spritze wäre geil. Oh, was hat man da? Was macht denn der für einen Schaden? Wow. What the fuck? Ja. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Ah, shit. Das war da vorne links richtig? Ja. Kann ich irgendwo eine EVE-Spritze finden? Und dann, machen Sie sich schön und Sie ersparen sich Schwierigkeiten. So, okay, was willst du denn? Wo ist er? Ist er tot? Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Okay, jetzt ist er tot. Neues Turnikum, Damage Research 2. Sie wissen, Sie treffen, wo es weh tut? Der neue Damage Research 2 ermöglicht es Ihnen, die Schwächen Ihrer Gegner mehr als je zuvor zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Okay. Machine Buster, Elektrohaut 2. Was war denn Elektrohaut, dass ich mehr Elektroschaden mache? French Jockey. Machen wir das. Und wir speichern es. Nightbot hat ja einen eröffnet. Okay. Oh, da sind die Schuhe. Der Stimmenverzerrer. Okay, ich glaub, wir würden nochmal speichern, ne? Die Schuhe. Du hast mich dazu getrunken! Fuck, das war falsch. Ähm, das ist auch falsch. Gut. Hab, wie hab... Alter! Kannst du dummes Vieh mal sterben? Wo bist'n du? Oh Gott, meine Schritte sind jetzt wie... Es tut weh. Es soll auch weh tun. Oh, warum ist denn das Ivo auf einmal her, übrigens? Gummeln, gummeln, gummeln. Warum? Ach, Stream Elements hat gewonnen. Ach so. Was hab ich denn hier grad gesehen? Ne Medi-Station. So. Ho, wo, wo? so meine heilen für zehn dollar wie viel habe ich denn 253 habe ich wie ein palace vergisst auch einfach mal das sterben dass ich jetzt so big daddy schritte machen das ist auch so stickstoff ist nicht so gut wo ist denn der meins was war das also ok wo müssen wir jetzt wort hin klinge wie ein big daddy wo es gibt bestimmt ein geheimgang hinter dem sieht nicht so aus ich war ja in dem raum da sieht nicht so aus als wäre da irgendwas an grinsen ich habe keine ahnung wo ich jetzt hin soll wo willst du hin zurück zu deinem leben zu deiner familie das sind alles nur märchen kleiner sie sind genauso real wie das was täglich in der zeitung steht ich habe gehofft du würdest mir jetzt sagen wo ich den stimmverzerrer kriege gut dass ich nur gut finde den ich nicht brauchen kann wie soll man denn da dran kommt ach so ich weiß wie ja aber ich habe keine von daher nein aber ich komme auch voll mit dem blickfeld nicht klar er ist doch dein feind warum sollte er dir helfen ja gut das ist wohl wahr mittel wurden das education facility da waren wir schon besties bear station waren wir auch schon müssen wir dahin was ich glaube hier müssen wir nicht hin oder ach so dass die tauchkugel station kann sein dass wir dahin müssen wo ist das da ausgegraut was bioshock hd excel funktioniert nicht mehr warum ja ja öfter mal was neues komm sei fertig mit der steam aktualisierung synchronisierung besser gesagt ja jetzt nein du sollst nicht die default einstellung machen ja gut ja ich war es nicht technisch liebe geistert oh ja ich habe übrigens wieder käse und wo sehen wir sie mal jetzt ich bin gespannt okay dann ruhig jetzt den kässe aus dem kühlschrank okay die schuhe habe ich ich bin also da wo ich zuletzt gespeichert hatte okay kann man eigentlich von twitch die schriftgröße erinnern ich glaube nicht hat keine schuletten baba wie kommst du auf schuletten kurskurs doch hab noch schuletten da ich sage nur freitag hatte der schuletten gefuttert habe ich gar nicht mitgekriegt gibt es hier fall schaden kann ich da runter springen ich speichere mal bevor ich teste da hatte jemand eine ganze tafel inhaltiert für mich ist nicht obwohl schorgetten geht es gibt keinen fall schaden sehr gut so wollte ich hin wo bin ich da wie komme ich denn da hin ach so bin ich ja sogar fast richtig kapiert hier lang nein das war falsch ab sofort wie mich ja von montag bis freitag habe ich heute einfach mal so beschlossen okay ja die kommende woche könnte sein dass ich auch öfters wie mich weiß es aber noch nicht weil urlaub was ist das brutalste und obszönste dass der mensch mal sehen ob du hältst was wie meinst du baba hier waren wir glaube ich noch nicht schon erleben würde auch guck mal was da kommt hat aber nichts dabei ok waschbecken ja kaffee ich habe kaffee ok der raum hat sich gelohnt ich werde mich ein bisschen rar machen dann wird mr ryan schon nach mir suchen der freitag ist bei mir fest mit dem stream montag bis donnerstag ist flexibel wenn sich was ereignet was dafür sorgt dass ich nichts geben kann oder will fallen sie aus zum beispiel wenn jemals zu ich glaube meine taschen so voll ich habe ich habe ich habe sprüße heute ich 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 bin wieder ausgerüstet ich 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 Verdammt, in so einer 200 Gramm Packung Gels ist ja auch nichts drin. Och, ne? Ja, 200 Gramm kann sehr wenig sein. Fuck. Was? Aber was Gescheites kommen? Ah, da. Ähm. Ähm. Fuck. Okay, meins. Ich weiß gar nicht, ich kaufe die, also zumindest den hier, den ich im Stream, wenn man so mal will. Kaufe ich immer in ganzen Stücken. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. 250, 300, 400, 500 Gramm. Ich habe keine Ahnung. Alter. Welcher ist der Mia? Ich muss weg. so du bist mir und du bist mir mülleimer voller zigaretten meckert über 250 gramm hackfältchen und nun über 200 gramm käse ja das ist so ein stream guckt oder film guckt oder so ist so was schnell weg ich kenne das so wo hatte die gerade gesagt muss ich rein und so und jetzt noch eins nach oben kommt bitte noch als doch natürlich nicht so und so jawohl meins scheiße bei den ganzen flugapparaten blickt doch keiner mehr durch die bolzen sind so gut da einfach nur one shot mit den dingern ich gebe zu dass es vorausschauend von fontaine war das plasmidgeschäft aufzuziehen aber der mann hat noch nie was vom vertrieb verstanden da hat er schon diese wunderbaren kleinen mädchen und er zeigt sie nicht ich habe mir gerade das neue design der plasmidautomaten angesehen sie sind genauso geworden wie ich sie mir vorgestellt habe ich sage es ganz deutlich wenn sie gut präsentiert werden hat er gerade gesagt wenn sie gut programmiert werden das ist schon ein bisschen eklig wenn man von kleinen kindern redet oder ja so was hat ja auch auf zig potz und man hat keine ahnung welche einem helfen das ist echt naja es ist nur noch einer ich habe doch zwei oder drei gehäten was 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 schade mein flieger ist kaputt und ich habe kein wort verstanden von dem was mir da gerade gesagt wurde ach du scheiße wo ich denn überhaupt hin was ich gehe mal gerade hier auch da kommt auch einer alter ich dachte er wäre tot jetzt ist er tot auch wenn ich dich lieber gehackt hätte wo du was ja ich fast kaputt was ist was los da hinten hallo wo was ab da wer ist denn der älter herr da hallo shabby kommen denn diese stimmen her und vor allem was machen die da abbrüllen die sich da drinnen auch ich habe die scheiß kamera vergessen die da drin ist auch 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 ich glaube das sieht nicht gut aus auch ja da hin und du dahin nein du dahin ja wohl 1 1 Alter! Aber wenigstens sind die Alarme nicht allzu lang. Die spielen Brutzelparty. Oh. Deaktivieren? Nein, nein, nein. So, ähm, was? Wo ist denn diese Kamera überhaupt? Ich hab die noch nicht gesehen, ey. Verdammte Ficke. Ach du Scheiße. Oh, ich hab die Kamera. Oh. 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 kann das heißt dass das gleiche heckbild ist wie gerade das war ja sogar richtig dahin und du da was willst du keine minuten muni scheiße jonge 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 Holst du ne kleine? Nein? Warum nicht? Hm, hm, hm. Arena ist eröffnet. So, wo ist... Okay. Wo ist diese Kack-Kamera? Achso, der ist so ein Stromtyp. Scheiße. Hallo. Du hast ein Problem, Junge. Was? Mach meine Drohne kaputt, du Asche. Ich kann ihn nicht mehrmals auf jeden Fall sagen, nicht mehrmals. Ich bin der Schmatz-Kamera. Ich bin der Schmatz-Kamera. Ich bin der Schmatz-Kamera. Ich bin der Schmatz-Kamera. ja ich hab sie haha ist das gesund da rein zu gehen ich wage es an zu zweifeln passiert nix ok habe ich noch auto hacker ich glaube ja jo toll dafür bin ich jetzt die ränge zu meiner was 100 10 dollar ich muss gerade sagen ach so dass meine kamera ist ja kurzen schreck gekriegt dann komme ich da nicht rein wo soll denn dieses modul seine das ist doch apropos splittergranaten sind ausgerüstet ok wofür überhaupt bist du sehen die level sind basierend auf den zuschauer stunden haben aber ansonsten noch keinen sinn außer für den code befehl der ist an level gebunden dann musst du level 2 sein weiß ich jetzt gar nicht mehr also quote ab befehle den normalen code befehle mich doch gott level 3 wie süß level 3 ich weiß gar nicht 20 stunden ich weiß es gar nicht mehr was ich da eingestellt habe sind das zwei geschütztürme neuer fortschritt level erreicht forschungsbonus für geschützt erhöhter schaden plus geschütze sind anfällig für panzer brechende munition und elektrizität ach so ganz was neues so so Wohin? So, du bist schon mal hier. Warum geht's nicht? Alter. Hä? Würdest du mich verarschen? Das ging gerade nicht. Mein Gott. Äh, ja. Da. Mein Gott. Gehenbank. Okay. 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 Waffen-Upgrade-Station. Pistolenmagazin, Größe, Schrotflitten, Feuergeschwindigkeit, Chemowerferverbrauch, Chemowerferreichweite, Armbrustbolzen, Bruchwahrscheinlichkeit. Das kapiere ich überhaupt nicht. Das kann mir doch scheißegal sein, ob der Bolzen bricht, wenn ich den in irgendjemanden reinballer. Außer bei den Fallendingern. Aber da ist, glaube ich, noch nicht gewesen, dass weitergebrochen ist, oder? Total. Naja. Alle Upgrades für drei Waffen als Erfolg. Okay. Ich glaube, das hat sich erledigt. Ich glaube, das hat sich erledigt. Kann ich nicht sein, kann das sein, dass ich nicht gerade mit Ionen-Schrot beballer? Wow. Wo hast du denn jetzt hier drauf geschossen? Muss man nicht verstehen. Ich glaube, ich mache am Freitag mal Far Cry 3 Speedrun. Aber halt auf meine Art. Möglichst schnell sterben, das kann ich auch. Far Cry sollte ich auch mal spielen. Ich habe noch kein einziges Far Cry gespielt. Ich besitze sie. Außer den neuen jetzt, glaube ich, alle. Erhöhter Schaden plus plus. Wie schön. Warte. Lass mich mal die Waffe wieder wechseln. Komm, bleib mal stehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den unter der Decke treffe. Na dann ranhalten. Ja, es gibt so viel zu spielen. Wie schön ist es sein, ne? Direkt mal notiert. Protektor-Labs, wo ist denn das? Man weiß es nicht. Lautkarte, ist da ein Raum? Finde den Stimmenverzehrer im Tesla-Boyard, deswegen renne ich ja hier rum. Hallo, Big Daddy. Keine Kleine drin? Schade. Aha. Ah, da hinten? Ach, Fontaine, ist eh zu spät. Jetzt bist du ein Big Daddy. Bist du bereit? Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei den Proving Gramps. Rapper gehört jetzt mir. Und ich verfüge über das Adam. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich Angst vor deinem Blechanzug habe, oder? Nö, Frank, das solltest du aber. Erfolg zum Big Daddy geworden. Yay. Weiß ich noch nicht, ob das so gut ist, aber naja. Blieb uns ja nichts anderes übrig. Ich hab Zigaretten eingesammelt. Ich hätte vorher hacken sollen, ne? Ich glaube, ich hab Sachen hergestellt, die ich gar nicht aufheben konnte. Sehr gut, hab ich wieder Spitz hingekriegt. Und Kaffee. Und Kaffee. Wie konnte ich den Kaffee übersehen? So, wo hat sie gesagt, soll ich hin? Alter. Hänge ich jetzt an den Leichen fest? Das gibt's doch nicht. Tatsächlich. Das ist wohl ne Verarsche, oder? Ich kann doch nicht mehr drüber springen. Alles klar. Das liegt mal am Big Daddy Helm, was? Ach so, was hast du eigentlich für eine dreckige Gesicht? Ja, das ist der Scheiße. Die kotzt mich auch total an. Ähm, wo ist denn so ein Littel? Alter! Und so, ist denn so ein Little Sister Rohr? Ja. Komm raus! Ich glaube, ich muss gucken, was ich tun soll. Kehre zum Trainingsgelände zurück. Ach so. Das ist wo? Hier? Ich glaube, ja, ne? Das war das. Ja, siehste, ich hab's selbst gespielt und aufgenommen und das irgendwie vergessen. Hahaha. Ich glaube, das hier, also wenn ich bedenke, dass ich hier gerade überall festhänge, ja überall nicht an Leichen festhänge, ist das auch was, was man verdrängt, glaube ich. Ich hab'n Pfeil. Ich hab' seit ewigen Zeiten nen Pfeil, wo ich hin soll. Das ist ja Wahnsinn. Da, ich häng' echt an Leichen fest. Unglaublich. Du musst sie aus jedem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt. Schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Das hätte ich sowieso so gemacht. Das hättest du mir jetzt nicht sagen müssen. Wo ist dein Lüftungsschacht? Da. Hallo, Kleine. Na? Ach, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das machen sollte. Damit ich hier rein kann. Oh, die Kleine hat einen Lebensbalken. Ich denk' die sind unsterblich, weil sie so ne hohe Regeneration haben. Jetzt hat die einen Lebensbalken? WTF? Kleine, gehst du mal weiter? Ich soll dich beschützen? Ich kann nicht an dir vorbei. Hallo? Ach, war gut zu erkennen. Die Kleinen werden nicht sofort recht führen, aber du musst ihr Beschützer sein. Schönen, dass du so weit bist. Kommt hier noch eine raus, wenn ich gegen haue? Du hast bereits eine? Okay. Ich hab nix verstanden von dem, was Fontaine da jetzt gesagt hat. Komm, Mr. Bubbles! Was passiert, wenn ich ihr nicht folge? Was passiert hier gerade? Ja, ja, mach auf, Mann! Komm, er hat irgendwas davon gelabert, dass er dich als kleines Kind in ein U-Boot gesetzt hat oder sowas. Okay. Hopp muss noch eine plotsch! Wie geht's hier? Ich bin so weit! ja kleider dass du mir dann im weg um hängst ich aber kacke was wo bist du denn du willst mich doch verarschen hier das ist ziemlich kacke wenn man hier alle zwei schritte an die hängen bleibt warum heilst du dich nicht du hättest jetzt wenn ich die arme sauber die hier von dem vieh angegriffen wird dann halt sich die kleine ganz munter andersrum nicht warte mal points ach versuche ich doch gerade ich glaube meine kleine ist gestorben hatte ich da jetzt überhaupt die chance diese lüftungsschaft wurde noch nicht von einer little sister aktiviert gehe zurück zu einem leuchtenden lüftungsschacht um eine little sister zu rufen ok da ist die kamera das ist ein geschützturm ich hätte mal ausprobieren sollen ob ich da überhaupt alle haben auslöse und der geschützturm tut mir gerade nix ich jetzt tust du mir was oder auch nicht das ist interessant ach so dadurch dass du sie wieder normal gemacht hast halten sie nicht mehr aus nee die ich normal gemacht habe sind ja nicht mehr da das haben wir ja schon gesehen die sind ja ich sag mal im kindergarten keine ahnung an diesem ort wo sie wo sie friedlich zusammen saßen und sich auch gefreut haben gesagt aber guck mal das war unser helfer und so kriegt er jetzt eine neue her ich mag das überhaupt nicht als pick daddy herum zu rennen gar nicht gleich klag graben laut 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 Ja, geh weiter. Hopp. Ja, aber du musstest ja gerade auch auf eine aufpassen, die ganz normal aussahen. So nicht mit leuchtenden Augen etc. Wusste ich? Die hat eine Sonnenbrille an, deswegen sieht sie leuchtend auch nicht. Nee, doch nicht. Hö? Das ist komisch. Nee, aber sie kann ja immer noch das Yves ziehen. Das sind nicht die Geretteten. Wo sind die Kameras? Deswegen war hier auch eben High Life. Wie? 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 ja es ist bonus mehrere motive das mit dem fotografieren habe ich wirklich noch null verstanden warte mal kleine ich muss hier luten wenn das feuer zu ende ist ich nix über halt sagen dann heißt das halt genau in dem moment wo ich auf speicher drücke sehr gut wo hänge ich denn schon wieder daran fest an ihr seit wann hören kleine kinder auf erwachsen das stimmt auch wieder schön dass die jetzt von zwei seiten kommen könnten was neues tonicum ich habe ein foto gemacht neues tonicum sport boost in den heutigen gefahren vollen zeit kann es nie schaden schneller zu sein als andere denken sie daran dass hier ist ja nicht unbedingt mit einem splice aufnehmen müssen vielleicht reicht es auch schon schneller als ihren nachbar zu sein ich glaube das natural camouflage kann ich jetzt sowieso vergessen ach so arena war ab habe ich da teilgenommen wahrscheinlich nicht aber gz baba habe ich gar nicht mitgekriegt gut dass ich so gut wie nichts erkenne ja du bist ein braves mädchen das weiß ich noch nicht ich habe dem gerade eine granate an kopf geballert und nein interessiert mich gar nicht ja haltet verdammt viel aus ja haltet verdammt viel aus meine falle was 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 wo ist hin da guckt einmal weg kinder da hier hätte ich noch reingehen können was will der da oben ich habe so das gefühl es wird gleich lustig der schießt echt auf die littles ist das 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 lasst das muss ich gleich jetzt weiß ich auch warum ich gerade instant so bewegungsprobleme hatte sobald die angegriffen wird rennt die mir vor die füße das gibt ja wohl nicht ja alles klar wann hatte ich gespeichert wow auch auch willst du mich verarschen das bringt mir ja gar nichts wo gehst du hin du bist ja weil sie sucht hat bei ihrem weg die schutz ja es nützt er aber nichts wenn sie mich dabei behindert ich geh gehst du mal aus dem weg das interessiert kinder nicht wen sie behindern hier macht das anscheinend gar nichts aus mit dem strom weiter 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 hallo sie hat doch noch ein pixel leben ja ja gehen wir mich der babbelz gehen nicht laufen was hat sie denn jetzt ach so ob was auch immer ach da oben ich fühl mich gerade ein bisschen verarscht du weißt doch kurz zwölf hier kommt mr bubbles mr bubbles möchte spielen ich mach nämlich noch mal ein kurzes päuschen hier wie die vorhin erwähnte verdauung schlägt geradezu und ja bis gleich da ist skeptischer blick hier die kamera spricht für sich ja hier die hier 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 hier